Wütende Landwirte, die auf der Straße mit Bannern und Plakaten demonstrieren, Traktoren, die Autobahnausfahrten blockieren und Solidarität aus anderen Branchen, zum Beispiel aus der Logistik. Alles das ist in der kommenden Woche zu erwarten. Die Landwirte wollen, dass öffentliche Leben teilweise still liegen. Die Bauern sind sauer. Aber warum eigentlich? Was sind die Hintergründe? Und warum gibt es so viel Zuspruch für diese Proteste? Darum geht's jetzt. Wenige Tage vor Weihnachten 2023 waren das hier Bilder, die die Berichterstattung in den deutschen Medien dominiert haben. Hunderte Traktoren blockieren die Straßen der Hauptstadt Berlin. In diesen Traktoren saßen Landwirtinnen und Landwirte, die aus ganz Deutschland angereist waren, um zu protestieren. Zunächst in ihren Fahrzeugen, später auch bei einer großen Kundgebung. Und Adressat dieser Proteste war die deutsche Bundesregierung. Die Ampelkoalition bestehend aus SPD, Grünen und FDP. Gerichtet haben sich die Proteste gegen Vorhaben der Bundesregierung, die bekannt geworden waren und auf die wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Ganz klar, die Bauern waren aufgebracht. Aber warum eigentlich? Schauen wir uns das zunächst mal an und beantworten die Frage, worum geht es den Bauern? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zunächst ein Problem der Bundesregierung anschauen, das sich auf die einfache Formel bringen lässt. Die Bundesregierung hat weniger Geld als geplant. Hintergründe dazu erfahrt ihr in dem Video hier oben auf dem i oder auch unten in der Infobox. Es geht um ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts wegen eines Nachtragshaushalts, das die Regierung zum Sparen zwingt. Ganz vereinfacht gesagt. Und um Geld einzusparen, möchte die Bundesregierung auch Subventionen streichen. Das heißt also Geld, das der Staat bestimmten Branchen gibt. In diesem Fall geht es um die Landwirtschaftsbranche und um zwei bestimmte Subventionen. Die erste dieser Subventionen betrifft den sogenannten Agrardiesel. Also Diesel, den Bauern tanken, um ihre landwirtschaftlichen Fahrzeuge betreiben zu können. Dafür zahlen sie zunächst den vollen Preis, bekommen dann aber rund 20 Cent pro Liter vom Staat zurück. Und die zweite Subvention bezieht sich auf die Steuer für Land, aber auch für forstwirtschaftliche Fahrzeuge. Die fällt nämlich bisher nicht an. Solche Fahrzeuge sind steuerfrei. Eine Begründung, die schon etwas länger zurückliegt, ist sinngemäß. Diese Fahrzeuge bewegen sich ja nur wenig auf öffentlichen Straßen, sondern vor allem auf Äckern und auf anderen landwirtschaftlichen Gründen. Und deshalb soll dafür keine Steuer anfallen. Diese beiden Subventionen gibt es schon seit einer ganzen Weile. Und die Bundesregierung hat kürzlich beschlossen, sie jetzt zu streichen, um eben Geld einzusparen. Und was das für die Landwirte bedeuten würde, ist ganz klar. Sie müssten mehr Geld ausgeben. Zum einen wegen des Diesels, zum anderen wegen der dann eingeführten Steuer für ihre landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Und das ist ein Tropfen, der das sowieso schon volle Fass für viele Bäuerinnen und Bauern in Deutschland zum Überlaufen gebracht hat. Denn schon seit längerer Zeit beklagen Landwirte, dass es immer schwieriger für sie würde, wirtschaftlich zu arbeiten. Das hängt zum einen mit den gestiegenen Energiepreisen zusammen, unter anderem infolge des Kriegs in der Ukraine. Zum anderen aber auch mit der hohen Inflationsrate der vergangenen Monate. Anschaffungen für Geräte, für Viehfutter und vieles mehr sind enorm kostspielig. Und dazu kommen Regulierungen, die viele Landwirte beklagen. Unter anderem eine Düngeverordnung, mehr dazu erfahrt ihr unten in der Infobox. Und dieses Gesamtpaket, so nenne ich das mal, sorgt für hohe Unzufriedenheit bei den Landwirten. Unzufriedenheit, die sich jetzt vor Weihnachten auf den Straßen banngebrochen hat und die jetzt noch einmal laut artikuliert werden soll in der kommenden Woche ab Montag. Es ist eine sogenannte Aktionswoche geplant in ganz Deutschland mit einer Großkundgebung in Berlin am 15. Januar. Und mit dieser Aktionswoche möchten die Landwirte darauf aufmerksam machen, dass ihre Situation schwierig ist und dass es für sie nicht einfach ist, so weiterzuarbeiten. Insgesamt rund 260.000 landwirtschaftliche Betriebe gibt es in Deutschland. Vertreten werden sie unter anderem durch den mächtigen Bauernverband, der auch als Wortführer dieser Proteste gilt. Und der sagt, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Ja und daran angeschlossen direkt die nächste Frage, nämlich wie reagiert die Politik? Starten wir mal bei der Opposition, insbesondere bei der Union aus CDU, CSU und der AfD. Die stellen sich demonstrativ an die Seite der Landwirte und sagen, diese geplanten Maßnahmen der Bundesregierung müssen zurückgenommen werden. Interessant dabei ist, dass die AfD sich in ihrem Grundsatzprogramm eigentlich generell gegen Subventionen ausspricht und damit auch gegen Subventionen für Landwirte. Wenn, dann sollten Subventionen nur zeitig befristet laufen. Das Grundsatzprogramm habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Es geht dabei aber um viel mehr, darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Die Bundesregierung hat inzwischen eingelenkt. Insbesondere auf Betreiben der FDP und deren Chef Christian Lindner hat man jetzt eine dieser geplanten Maßnahmen wieder zurückgenommen. Nämlich das mit der Kfz-Steuer. Das ist vom Tisch. Und auch beim Agrardiesel soll es Nachbesserungen geben. Der soll zwar nach und nach nicht mehr subventioniert werden, aber erst Schritt für Schritt. Und dieses Jahr sollen zunächst einmal 40 Prozent der Subventionen gestrichen werden. Also ein langsamer Übergang. Das wiederum gefällt unter anderem dem Bauernverband nicht. Der sagt, das reicht nicht. Es müssen beide Maßnahmen komplett vom Tisch. Es muss bessere Bedingungen geben. So sagt es der Bauernverband. Auch dazu unten etwas in der Infobox verlinkt. Das heißt also, eine direkte Reaktion auf die Proteste ist, dass eine der beiden Maßnahmen gestrichen worden ist und die andere überarbeitet wurde. Aber welche Auswirkungen haben die Proteste generell? Dazu muss man zunächst mal sagen, dass Landwirte in Deutschland in der Gesellschaft ein hohes Ansehen genießen. Sie sorgen für unsere Ernährung. Und deshalb gibt es auch viel Sympathie für die Proteste der vergangenen Wochen und auch für die Pläne für diese Aktionswoche. Viele Menschen sagen, das ist richtig. Die Bauern müssen ihrem Ärger Luft machen. Bei vielen Umweltverbänden sieht es dagegen ganz anders aus. Greenpeace hat zum Beispiel die Position, dass die Maßnahmen gar nicht so große Einschnitte für die Landwirte bedeuten würden, wie immer wieder zum Beispiel vom Bauernverband propagiert würde. Und der BUND geht in eine ähnliche Richtung und fordert auch noch weiterführende Maßnahmen. Mehr dazu erfahrt ihr unten in der Infobox. Andere Branchen sehen das anders. Die Logistikbranche stellt sich zum Beispiel teilweise an die Seite der Bauern. Ein mächtiger Branchenverband möchte sich an der Aktionswoche beteiligen und spricht von einer generell schwierigen wirtschaftlichen Situation aus Sicht der Branche, ausgelöst durch die Ampelregierung. Und dann droht noch ein weiteres Verkehrschaos, nämlich bei der Bahn. Die GDL, die Gewerkschaft der Lokführer, hat für die kommenden Woche weitere Streiks angekündigt. Das hat nichts mit den Bauern zu tun, auch nichts mit der Logistik, sondern das hat mit den Arbeitsbedingungen zu tun für die Lokführer. Die werden kritisiert, es sollen mehr Ruhezeiten geben, die Arbeitszeiten sollen verkürzt werden und der Lohn soll angehoben werden. Auch dazu mehr unten in der Infobox. Das heißt aber, weil das alles auf eine Woche fällt, droht ein großes Verkehrschaos in Deutschland, das eben durch verschiedene Protestaktionen und auch durch Streiks ausgelöst wird. Und da sind wir jetzt am Ende bei einem interessanten Punkt, den ich vorhin schon mal kurz bei der AfD angeschnitten habe, nämlich bei der Frage, könnten sich diese Proteste ausweiten? Wenn man sich in den sozialen Netzwerken umschaut, zum Beispiel unter Posts, die sich auf die Bauernproteste beziehen, dann stellt man immer wieder fest, ja, es gibt Sympathie mit den Landwirten, aber vor allen Dingen sind die Menschen deshalb auch so empathisch mit den Landwirten, weil sie unzufrieden mit der Regierung sind. Das spiegelt sich auch in den Umfragen wieder. Nur noch rund ein Drittel aller Wahlberechtigten würden die Parteien der Ampelkoalition wählen. Sie käme also auf keine Mehrheit mehr und das schon konstant seit vielen Wochen. Mehr dazu erfahrt ihr auch in dem Video hier oben auf dem i. Dieses Jahr stehen Landtagswahlen in drei östlichen Bundesländern an und hier sieht man zum Beispiel, dass die AfD momentan großen Zuspruch bekommt und dass auch das mit einer riesigen Unzufriedenheit mit der Ampelkoalition zusammenhängt. Das heißt also, diese Proteste der Bauern bilden das ab, was viele Menschen in Deutschland gerade denken, bilden eine Unzufriedenheit ab und deshalb stellen sich viele Menschen auch an die Seite und sagen, ja, endlich steht mal jemand auf und macht etwas. Und das wiederum könnte dazu führen, dass diese Proteste sich ausweiten. Man hat das in Frankreich vor einigen Jahren gesehen mit den sogenannten Gelbwesten. Da ging es zunächst um eine Spritpreiserhöhung, ganz vereinfacht gesagt. Und dann sind daraus Proteste geworden, an denen teilweise hunderttausende Menschen im ganzen Land teilgenommen haben. Und das liest man jetzt auch immer wieder unter den Posts, dass Leute schreiben, jawohl, ich werde mich auch beteiligen, ich werde mit demonstrieren. Ob es tatsächlich dazu kommt, das bleibt abzuwarten. Die AfD zum Beispiel nutzt diese Stimmung auch, um ihre Anhänger zu mobilisieren und zu sagen, jawohl, wir stellen uns da an die Seite und wir demonstrieren mit. Was man der Vollständigkeit halber allerdings auch dazu sagen sollte, ist, dass unter diesen Menschen, die da demonstrieren, vereinzelt auch Leute sind, die radikal auftreten. Das hat man schon vor Weihnachten in Berlin gesehen. Da ist zum Beispiel ein Fahrzeug aufgetaucht mit einem Galgen, an dem eine Ampel befestigt war. Oder ein Symbol einer terroristischen Bauernbewegung aus den 1920er Jahren in Deutschland. Und gerade zuletzt gab es den Fall, dass der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck aus dem Urlaub mit einer Fähre zurückgekommen ist und dann von mehr als 100 aufgebrachten Menschen in Empfang geworden ist, die verhindert haben, dass er an Land gehen kann. Das ist dann erst später in der Nacht erfolgt. Das hat für viel Kritik gesorgt und das, das muss man auch dazu sagen, hat dafür gesorgt, dass der Bauernverband sich ganz klar von diesen Menschen distanziert hat und gesagt hat, das ist nicht okay. Wir stehen für demokratischen Protest und wir sind gegen jede radikale Form des Protests. Und genau das ist einer der Kernpunkte, um die es da im Hintergrund bei den Protesten geht. Gelingt es die Proteste dauerhaft demokratisch legitimiert zu halten und sich von radikalen Kräften abzugrenzen? Oder kann man da eine Vermischung beobachten, ähnlich wie das auch bei den Gelbwesten in Frankreich der Fall gewesen ist? Auch darum wird es in der kommenden Zeit gehen und das ist mitentscheidend dafür, ob sich noch mehr Menschen diesen Protesten anschließen oder nicht. Mich würde mal interessieren, wie seht ihr das denn? Haltet ihr die Forderungen der Bäuerinnen und Bauern für legitim? Sagt ihr, jawohl, das ist vollkommen in Ordnung? Oder sagt ihr, naja, ich sehe das ein bisschen anders, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Mehr Infos, wie vorhin schon gesagt, findet ihr in der Infobox. Und hier neben mir gibt es zwei weitere Videos. In einem Video geht es generell um Änderungen, die uns in diesem Jahr erwarten oder die wir schon erlebt haben. Mehr dazu hier und direkt darunter ein Video zur Frage, ob ChatGPT Schüler in Deutschland dumm macht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.